Um den steigenden Bedarf an Tragrollenprüfung und kundenspezifische Wünsche für die Tragrollenprüfung zu erfüllen, wurde am IPH ein neuartiger Tragrollenprüfstand entwickelt. Gemessen werden dabei Eigenschaften wie der Laufwiederstand, Rundlauf und Wuchtgüte. Für angetriebene Tragrollen werden speziell noch der Energieverbrauch und der Schlupf gemessen. Um die Umweltbedingungen mit in die Prüfung einfließen zu lassen, verfügen wir über eine integrierte Klimakammer. Dort können wir Temperaturen von minus 40 bis plus 60 Grad einstellen sowie die Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100 Prozent regulieren. Um die Prüfbedingungen möglichst realistisch zu gestalten, erfolgt die Auflast über einen dynamisch einstellbaren Zylinder, welches die Tragrolle mit einer realistischen Auflast entweder zentral oder einseitig belastet. Der Prüfstand ist in der Lage dabei Auflasten von bis zu einer Tonne und Drehgeschwindigkeiten bis 10 Meter pro Sekunde zu simulieren. Für die Prüfung selbst stehen uns die modernsten Sensoren zur Verfügung. Hier auf der rechten Seite haben wir einmal einen Zweibereichs-Drehmomentsensor, welches die Torsion der Welle vermisst und in Laufwiderstand umrechnet. Für die Vermessung des Rundlaufs haben wir einen Lasertriangulationssensor, welches die Oberfläche abtastet und die geometrischen Abweichungen anzeigt. Dafür wird die komplette Oberfläche des Tragrollmantels abgetastet und kann mittels eines Schienensystems, welches wir hier integriert haben, leicht gegenüber dem Sensor verschoben werden. Für die Messung der Wuchtgüter haben wir ein System bestehend aus zwei Beschleunigungsaufnehmern und einer Lichtschranke. Diese messen die Schwingungen in den Lagern und die Drehzahl und berechnen so die Masse der Unwucht sowie die Lage in zwei Ebenen. Für die Bedienung des Tragrollenprüfstands und für die Auswertung der Messergebnisse steht uns ein selbstgeschriebenes Programm zur Verfügung. Auf der linken Seite werden die Messergebnisse dargestellt und auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit, über ein Touchscreen den Tragrollenprüfstand zu bedienen. Als unabhängiger Dienstleister und Prüfinstitut bieten wir Tragrollenprüfungen nach DIN-Norm an. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, Sonderlösungen umzusetzen und auf spezifische Kundenanfragen einzugehen.